Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play RimWorld Oh Gott, töte ihn! Major Break Risk Ju, schieß doch einfach in den Kopf! Ich hab keiner mehr wo wir aufgehört haben Ich weiß nur dass unser Medic gestorben ist Kannst du dich töten Ok, Draft weg Ähm, Hallo Vieh, was ist mit Vieh los? Heatstroke, Serious Achja, wir sterben ja gerade alle Die Kolonie wird wahrscheinlich nicht mehr so lange überleben Weil, sind wir nicht auch übertrieben, äh Ja, gut Ich glaub die Kolonie ist dem Tode geweiht Kann fortbauen Ach Gott Kannst du bauen Construct, ja Christi hat nämlich gesagt Dass Auch Regenbatterien kaputt machen kann Wo ich mir denke Wieso? Weil man baut die Batterie nicht einfach so, so random Da so hin und dann Dass du alle, dass da Flüssigkeit dran kehn Weil die Das ist mir einfach keinen Sinn Man muss doch so gebaut werden Das ist ein wenig Grundgeschütze Wenn jetzt ein Blitz einschicken und das explodiert Würde ich verstehen, aber Und das ist einfach Die Heatwave fährt doch nicht auf, das macht doch keinen Spaß so Und warum sollte ich mehr als einen Cooler brauchen, Christian? Ich mein, das Teil ist, das Teil muss auch schaffen das runter zu kühlen Sooo Architekt Power Da Battery Warum liegen hier Steine drin? Ja Zzzzz Ich weiß, dass sie explodiert sind, danke Kommen die Sorgen noch dahin? Wärst du unser Typ der überhaupt bauen kann? Äh Hier Fieb Major Break, was ist hier schon wieder los? Na, was hast du für ein scheiß Problem? Needs Very hot Ja, tu mir leid, dass es hier verfickt heiß drin ist Man soll ich Warum ist eigentlich so die Hebe Ach Gott Was machst du da? Kannst du deine Waffe droppen bitte? Starvation Starvation Ja, ist auch gut Ist doch unser einziger Medic, aber naja Warte mal hier Warte mal, wer von euch hat wenigstens ein Punkt in Social Oder hier Was wird mit dem Moment Was anderes hier bei Wark Ne? Das war Das war Das war doch hier bei Skills oder nicht? Ich bin immer noch nicht ganz im Spiel drin, muss ich ehrlich gestehen Ja, hier Social Du hast kein Social Skill Du hast kein Social Skill Und du hast null Das heißt keiner von euch kann mit denen reden oder was? Ja, zum Glück habe ich eine komplette Kolonie von sozial inkompetenten Menschen Beziehungsweise einen habe ich aber, der dreht gerade durch Need Colonist Bats Warum fehlt das? Hat der das auseinander? Achso, da hinten ist alles gut Ist alles Gucci Die Heatwaffe ist aber endlich Warum kann ich nicht schnell machen? Was ist los? Nio, kannst du bitte dich mal beruhigen? Was ist denn dein scheiß Problem oder? Starving, Trivial Kannst du doch bitte aufhören auf diese schießen? Oder schießt du auf das hier? Hä? Wieso kann ich das nicht schnell machen? Ich verstehe das Spiel gerade nicht Jetzt geht es auf einmal wieder Ich verstehe das Spiel nicht So, wir brauchen hier Strom hin Kannst du bitte aufhören auf ihn zu schießen? Area revealed Ach da Jetzt fangen wir mal an das hier zu machen Hast du ihn shot to death? Okay, das heißt Krieg, Leute Ähm, Attack Olga Achja, guck Sturmt ja, die sind nutzlos Zum Glück das hier ist die anderen einfach nicht Fortgehen mal an die Kante Jetzt schießt doch Try to rest Nein, du sollst töten Ja Das ist Rache Fotze Das war unser Medic Das war unser Medic übrigens Ist der durchgerillt halt auf die Geschossen oder was? Ey, ich könnte mir eine neue Kolonische anfangen Was ist los? Ich hab einfach nicht mehr hier weiter zu spielen Weil einfach Weißt du, ich will einfach ein einfaches Spiel muss Ich will einfach Weißt du, so ein Heatwrap oder so Das kann ja Das macht einfach keinen Spaß Wenn ihr einfach so direkt am Anfang kommt Und ich einfach dadurch sterbe Also das dürft ihr auch sammeln, stimmt Ich trage mal kurz mit Energy Ich hab die nächste Kolon, die fangen wir einfach random an mit mehr Leuten Weil, ich mein Hier ist jetzt hin eigentlich Ich kann nichts mehr machen Also ich kann jetzt so Irgendwie was aufsammeln oder so Ja, welche toten Leichen Tote Leichen, naja Major Breakers Was ist denn jetzt schon wieder? Okay Äh Könnt ihr euch nicht selber umbringen? Nein, vermutlich nicht Wieso ist denn hier kein Strom eigentlich? Achso Das fehlt, super Kannst du das vielleicht erstmal machen? Nein, nein Ich will Fiep haben und die soll das hier bauen Reservebar fort Danke fort Mit einer Break Risk Okay Okay, was kann ich denn jetzt noch machen? Es lohnt sich einfach nichts mehr zu machen ehrlich gesagt Warum ist hier überhaupt Schrott drin? Warum sind hier Steine drin? Trag die doch endlich mal weg Meine Fresse Okay, für die Nilskolonie weiß ich Erstmal so ein Teil hier bauen Damit mein Strom geschützt ist Am besten auch direkt Steine, aber Mit drei Dorn ist halt echt extrem Extrem scheiße Wenn da so ne random Heatweb kommt Und 10.000 Raids hintereinander Wo jedes Mal deine Leute verletzt werden Ist das Spiel halt sehr sehr schwer Ah Won't spoil Habe ich Pemmiken schon erforscht? Komisch Hm Moment mal work Nicht work Äh Orders Cut Ne Plans Ne Harvest wollte ich machen Äh nichts Komisch Okay Was wollt ihr denn jetzt noch machen? Eigentlich können wir Eigentlich können wir jetzt direkt eine neue Kolonie anfangen Quit to Main Menu Dann nenne ich diesen Part Übergang zur neuen Kolonie Weil das macht gar keinen Spaß mehr mit zwei Leuten Okay Custom Ne Kann ich nicht in Edit Mode Was? Dreck Ist mein Spiel grad abgestürzt? Ich kann grad die Hälfte der Sachen nicht mehr klicken Äh Szenario Äh Load Okay Edit Mode Add Part Crash Landed Ähm Starting People Fangen mit 10 an Arrival Ja Drop Pots is cool Forced Health Condition Cruel Crypto Sleep Sickness Nicht so viel Context Start with F Ja genau Component Können wir erstmal 50 machen Ähm Was zur Hölle gibt es denn? Äh Eine Maschinenpistole will ich haben Gibt es hier ein Ein Assault Rifle Sehr gut Ein Random Pet Ne Animal will ich eigentlich nicht Die fressen sich nur mal scheiße auf Äh Chip Chunks sind Sagen wir mal 5 Steel 900 Ähm Start Dialog Start Dialog Dialog So Ja Nehmen wir Nehmen wir Obwohl wir haben ja mehrere Leute ne Das heißt wir nehmen 3 Assault Rifles Äh 3 Maschinenpistolen Und äh 4 Ich will aber kein Neifel Ich will ein Schwert oder sowas haben Ähm Sword Gibt es das nicht? S W Müssen wir es ein Nein Ähm Gibt es ein Langschwert? Äh Ich muss gerade das L finden Langsword Perfekt Langsword Und das wollen wir gleich mal im Plastil haben So Wir spielen auf Basebuildern Nicht auf Pierso Weil ich will wenigstens ein bisschen Haben Und wir nehmen Ich glaube die hier ist ganz cool Mh Unser Random Seed ist Ähm Krissa Da Eso Ist doch Nicht So Cool Wir haben eh so nämlich gespielt Und irgendwie Naja Temperature Normal Rainfall ist auch Bisschen weniger Wir machen wieder 100% Wir haben eh so gespielt Es hat nicht so viel Spaß gemacht Muss ich ehrlich sagen Aber irgendwie Wie Ich weiß nicht So ein MMORPG Einfach so random anfangen Wenn Christian eigentlich nicht so wirklich Bock drauf hat Ist das auch irgendwie ein Meme Und Elder Scrolls ist sowieso eher so storylastig Und in einem MMORPG Mit so Story habe ich eigentlich nicht so wirklich viel Bock gehabt Ja Vielleicht spielen wir es irgendwann nochmal Aber Ja Wie man vielleicht hört ich bin ein bisschen erkältet Wir können uns hier jetzt angucken wie die Welt generiert wird Während ich einfach mal in Snapchat gucke was so los ist Oder hier in Instagram was da noch so los ist Ha Dann gucken wir nochmal kurz Unsere E-Mails an Ich werde es hier rausschneiden aber ich habe gerade keine Lust dazu So Wir haben jetzt eine relativ große Kolonie schonmal Das heißt wir können sogar vielleicht ein bisschen mehr machen Äh wo wollte ich denn landen Äh hier Terrain Das ist mit mittlerer Maustaste Neheboto Ocean Am besten ist glaube ich so ein grünes Land oder? Winter Temperature Winter Temperature Äh Was ist hier mit? Ich möchte eigentlich schon was wo auch Winter ein bisschen kühler ist Also wo ich nicht Wo es nicht 30 Grad ist gefühlt Gibt es das auch? Oh okay das ist Das ist scheiße hier ist zu kalt Das ist mir zu kalt Ja das sieht doch gut aus Rainfall Ist das hier? Ähm haben wir nicht irgendwie so einen Regenwald oder so? Okay Ist weniger als ich dürfte Fangen wir einfach da an Ähm Obwohl Summertemperature Also auch mich viel zu hoch Sehe ich gerade Der Sommer ist viel zu heiß hier Warum ist es denn im Sommer 30 Grad und im Winter nur minus 2 Grad? Also schon minus 2 Grad Ich will einfach so Winter so minus 5 vielleicht und Summertemperatur so 25 Grad oder so Ähm Ach Gott Das wird immer schwerer hier Okay Minus 13 Vor allem hier ist es jetzt minus 13 Grad Okay das Average stimmt Ich habe auf Average die ganze Zeit geachtet so ein bisschen Das ist nämlich dumm Äh ein bisschen höher noch Vielleicht noch ein bisschen weniger Regen Ich hasse es auf diese Zeit zu klicken Dann muss ich mir extra hier wieder rauf Okay Minus 5 Grad Ach komm doch nehmen wir das hier Obwohl hier ist nicht viel Regen Okay gehen wir da hin Ja jetzt gehen wir auf Next Okay Animus ist gut Der hat Medizino Social Ich kann auch keine hier mehr nehmen glaube ich Also ich kann mich hier nicht entscheiden weil ich halt 10 von 10 genommen habe und ja hätte er mehr machen sollen Wir haben einen der konstrukten kann Wenn zwei die konstrukte Ach wir starten einfach ich kann sowieso nichts ändern Es wird mir schon auffallen ob das alles scheiße ist oder nicht Start Dialog Dankeschön Freddy Warte mal Ich bin im fucking Regenwald Hunter legs range weapon Wer ist denn Hunter Gamedev Gamedev Okay guck Oh Gott sind das viele Hunt Du bist nicht so gut in Hunt aber Ja gut Du lernst ja schnell Du kriegst auch noch Hunt Ähm das sind einmal Marvin Mein Entrepreneur Ähm Marvin 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 Wo bist du denn Da ist Marvin Da ist Marvin Du kriegst immer eine Assault Rifle Ähm Dann haben wir noch Porter Den hatten wir eben gerade schon ausgewählt Ähm Dann haben wir noch Rogers Rogers kriegt auch noch das Assault Rifle Okay dann muss ich gucken wer Wer Ich weiß nicht wer shooten kann In Capacity Wieso Wieso wollen die alle nicht kämpfen Ey Du bist doch tatsächlich gut mit Ähm mit Nachkampfwaffen Marvin Marvin hat shoot Marvin kriegt ja schon was Ich merk grad dass mein Kolonier jetzt schon am Arsch ist Ja dann kriegst du noch das hier Ach meine Fresse Ist jetzt die Hälfte von meinen Leuten einfach nicht gewollt irgendwas zu machen Okay da wir hier jetzt mitten im Wald sind würde ich erstmal sagen Ist es wirklich alles Wald hier Was bist du denn Du bist Boden Lit Das ist Wasser Das ist Wasser okay Ähm Am besten wäre es wenn wir Ähm Das ist bei Cut Plans Plankarten gewesen Ja Das können die erstmal alle machen Und dann hauen wir jetzt erstmal Hier Ja Charbwood Das hier alles erstmal weg Okay wer kann alles bauen Wir können ja schonmal langsam weitermachen Du willst das hier irgendwann lernen Du bist schon relativ gut da drin Du bist schon relativ gut da drin Also das ist jetzt relativ gut 4 ist besser als 0 Ihr werdet niemals bauen Du kriegst das auch noch gut Ich hab's ja auch gesagt wir könnten das theoretisch bei allen machen Dass die das irgendwann lernen aber Wenn wir jetzt mit zu viel anfangen Dann können wir es ja auch erstmal So gestalten Dass wir das Warte mal was Nothing to start Ja Komm ich mir klar Okay Da wir jetzt nicht viel Holz haben war Ich glaube 4x4 das Mindeste für die Teile Super Können wir nicht bauen Weil wir zu neuem Wasser sind Weil wir zu neuem Wasser sind Nee das kann ich nicht bauen Na Gott hab ich jetzt einen Fehler gemacht Ähm Cancel Erstmal aufhören jetzt Leute Wo kann ich den bauen Kann ich den bauen Weil das Matsch ist oder so ein Mist Brightly lit Ich weiß nicht was lit ist Marshy side Okay das ist nicht so gut Ja okay dann Werden wir hier einfach bauen Dann wird erstmal hier gechoppt jetzt Ah das Ähm Ach meine Fresse hier ist das ja überall Okay wir müssen erstmal Platz finden wo wir bauen können Da ist auch schon wieder so ein Mist Muss ich hier einzelne Häuser bauen oder was Jetzt kommt grad die Sonne raus Jetzt wird mein Bildschirm so ein bisschen Angehellt dass ich in der einen Ecke weniger sehe Dankeschön Dumme Tour Okay Kann ich das denn hier bauen Ja Wie weit kann ich denn hier rüber gehen Zehn Warte mal wie viel wollte ich denn machen Äh Warte mal vier Dann sind das dann Fünf Dann sechs Also warte mal hier Das wäre ein Haus Dann nochmal hier Das wären dann Zwei Häuser Wenn ich richtig denke Und die gehen dann Wir haben ja zehn davon Können wir hier hinten bauen Das ist gut Okay es waren Elf ne Mal Sechs Mal elf Und dann hier irgendwo in der Mitte wieder Perfekt Aber dafür brauchen wir jetzt immer noch Warte jetzt haben wir vier Jetzt brauchen wir immer noch Drei von diesen Doppelteilen Ich weiß wie das eine gute Idee ist das so zu machen Aber ich denke einfach mal Also ich hoffe es ehrlich gesagt Mal gucken mal Okay das ist nicht so gut Können wir das jetzt mal canceln Hallo cancel Kennst du cancel? Obwohl das ging doch gerade oder? Ich weiß das nicht wenn du Koltz gestaut habt Dankeschön spiel Du musst mir das nicht die ganze Zeit sagen So Da kann ich schon wieder nicht bauen sehe ich Hier sieht das gut aus schon mal Ich hätte theoretisch das noch verwenden können Oh naja Okay gut Hier können wir wieder nichts machen Das heißt wir bauen dann Nein ich möchte nur die Wand haben Ich möchte nicht noch irgendwie aussehen was ich da benutzen will Und dann hier vielleicht noch So So Und dann kommt hier in die Mitte noch Warte mal Wo wollen wir unseren Strom lagern? Hier können wir nicht bauen? Oder? Ne können wir nicht Die Konstrukt war das falsch natürlich Freddy Oh Gott wir überziehen gerade den Part aber da ich sowieso Ich sehe gerade neue Kolonienmacher überziehen wir mal kurz Ähm Wir wollen gleich eine Ne wir möchten eigentlich Stein haben Aber wir haben keine Bricks ne? Ist doof Ja ich würde sagen dann bauen wir hier hinten Nichts weil das nicht geht Ernsthaft? Die Musik ist gerade übrigens laut für mich Ich weiß nicht ob die vielleicht auch laut ist Ich hoffe einfach mal nicht So dann kommt hier schon mal unsere Stromgeneration hin Und hier in die Mitte machen wir noch ein Langhaus für Ähm Gemeinschaftlichkeit und so ein Mist Dann kommt hier eine Tür hin Da eine Tür hin Hier eine Tür hin Pfff Dann kommt noch Produktion Wir wollen schon Wir wollen schon mal einen Fuel Stove machen Ja Schön Äh Furniture Betten Äh Das war mit Q und E Na ja Boden Concrete Äh ok Erstmal hier überall Holz rein Das war ein Das war ein Das war ein Das war ein Obwohl eigentlich Holz lohnt sich hier nicht. Oh nein der macht ja alles damit, ich dachte der macht nur den Boden weg. Okay gut, dann müssen wir jetzt hier noch erstmal überall Chabot machen. Und hier mal noch Cut Plants. Und ich weiß nicht wie viele Kolonien ich wirklich noch Bock habe zu machen. Aber ja. So, dann hofft ihr euch gefallen Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, tschau. Tschau. Tschau.